Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Crypto Anarchist. Der Preis von XRP ist heute bei 61 Cent, also wieder ein bisschen gestiegen. Das heißt ein bisschen, 5% sind 5% pro Tag. Also auf jeden Fall ordentlicher Anstieg hier, auch bei Bitcoin, da sind wir bei 61.000. Bitcoin hat die meisten Coins wahrscheinlich wieder mit nach oben gezogen. Einige Coins auch sehr, sehr stark am Performen, gerade AV beispielsweise mit 16% im Plus. Also overall schon wirklich sehr, sehr cool. Und wir schauen einmal direkt rein, denn wir haben einiges an News heute zu besprechen. Und zwar erstens von Capo einmal eine neue, confirmede Partnerschaft. Und zwar zwischen American Express und XRP, also natürlich Ripple quasi. In dem Fall soll es da um Adaption für XRP mit Cross-Border-Payments gehen. Dieses Symbolbild hier ist auch ganz interessant auf jeden Fall gestaltet. Auch wenn das Logo von American Express hier ein bisschen rausfällt, muss man sagen. Trotzdem sieht es auf jeden Fall sehr schick hier aus. Und ich denke einfach, das Ganze ist eine sehr, sehr gute und sehr interessante Partnerschaft, die sich jetzt da wieder angebahnt hat. Natürlich hat Ripple auch schon in der Vergangenheit mit American Express zusammengearbeitet. Das hatte ich auch schon in vergangenen Videos mal erwähnt. Aber natürlich hier nochmal auch eine offizielle Bestätigung. Also finde ich wirklich sehr, sehr nice. Und solche News darf es gerne jeden Tag geben. Ich bin da auf jeden Fall immer sehr, sehr happy, wenn man sowas liest. American Express sollte den meisten auch ein Begriff sein. Es gibt ja auch diese Black American Express, diese schwarze Karte quasi, mit der man gefühlt alles bezahlen kann irgendwie. Und ich glaube, auf der ist auch kein Limit oder sowas. Also ja, das ist auf jeden Fall für die etwas wohlhabenderen Leute unter uns hier. Aber vielleicht hoffentlich mit XRP können wir uns bald alle so eine schöne Black American Express leisten. Abseits davon haben wir hier von CoinCodex einmal eine ziemlich interessante Liste von den Top 10 Kryptowährungen, die man aktuell kaufen sollte oder kaufen kann sozusagen. Ist ja alles keine Finanzberatung, wisst ihr ja. Und der Grund, warum das hier eben bei diesem Index aufgelistet ist, ist ganz interessant. Denn sie haben anscheinend ein massives Auge geworfen auf die neue Partnerschaft von Ripple X mit Open Eden. Denn vor ein paar Tagen hat Open Eden ja angekündigt, dass sie die sogenannten T-Builds, also die Treasury Builds quasi, auf dem XRP Ledger tokenisieren werden. Dass dafür dann natürlich auch der RLUS-Dollar, also der Ripple US-Dollar verwendet werden wird. Und dass logischerweise immer XRP zum Transfer von diesem RLUS-Dollar oder auch von allen anderen T-Builds, NFTs, was auch immer ihr über den XRP Ledger verschieben wollt, dafür eben gebraucht wird. Und deswegen kein Wunder, dass XRP da so hoch rankt und im Endeffekt von solchen Indexes jetzt als ein interessanter Coin wahrgenommen wird. Auch abseits von diesem Use Case denke ich natürlich, dass XRP ein interessanter Coin ist und dass man sich da durchaus mal anschauen kann, ob man da nicht investiert. Wie gesagt, nochmal der Disclaimer, ich bin kein Finanzberater, ich habe selbst gar keine Ahnung von dem, was ich hier rede und ich gebe hier nur meine Meinung dazu ab. Sollte aber hoffentlich euch allen auch bewusst sein, ist seit mehreren Jahren natürlich so. Also ich würde sagen, XRP ist da definitiv unter den Top 10, wenn nicht sogar Top 5 oder Top 3 interessantesten Coins, die man sich aktuell auch als Newcomer vielleicht im Kryptomarkt anschauen kann. Und andere Firmen beziehungsweise Research-Plattformen sehen das anscheinend genauso. Dann stand ja jetzt ein Reset an und zwar von dem XRP Ledger Testnet und dieses Reset ist jetzt durchgeführt worden. Das heißt, das ganze Testnet ist jetzt quasi wieder auf 0 zurückgesetzt. Alle Tokens, alle Entwicklungen, alles was man so gemacht hat, wurde alles wieder komplett zurückgenommen. Wenn ihr nicht auf dem Testnet wart, dann hat das wahrscheinlich für euch keine große Relevanz. Aber ich weiß, es gibt einige Entwickler hier unter euch, beziehungsweise Leute, die auch einfach mal verschiedene Tests durchgeführt haben auf dem XRP Ledger Testnet. Es lohnt sich dort beispielsweise mal vorbeizuschauen, wenn man auch mit dem Automated Market Maker ein bisschen rumspielen möchte, wenn man da einfach mal Tests anstellt und schaut, wie sich das Ganze so verhält. Und ich denke, mit den neuen Features, die jetzt nach und nach so angekündigt werden, beziehungsweise die jetzt hier nach und nach auf dem XRP Ledger revealed werden, fahren wir auch ganz gut und sind da definitiv up to date. Dann geht es weiter und zwar von HashHub, denn HashHub Research hat hier eine neue Grafik herausgebracht und zwar die XRP Ledger Supply Distribution, also wie der gesamte Supply aktuell verteilt ist. Und ihr wisst ja hoffentlich alle, dass es insgesamt 100 Milliarden XRP gibt. Mehr kann es nicht geben, technisch gesehen. Und somit wird es auch nie mehr geben. Aber in dem Fall haben sie hier nochmal ein bisschen tiefgreifender recherchiert und haben nochmal ein paar weitere Informationen zu XRP rausgesucht. Also zum Beispiel, wie viele gerade im Umlauf sind, also wirklich in der Hand der Community quasi, wie viele geburned wurden und so weiter und so fort. Und die ganze Grafik sehen wir dann hier einmal. Also oben natürlich 100 Milliarden ist der Gesamtsupply und dann einmal aufgeteilt in wie viel aktuell im Circulating Supply, also in der Umlaufmenge quasi verweilen. In dem Fall 56 Milliarden und natürlich in Zukunft noch das Potenzial, dass da 43 Milliarden weitere ausgeschüttet werden. Aber wie gesagt, ist ja keine Inflation, weil diese 100 Milliarden ist die Obergrenze. Also betrachtet quasi XRP mit 100 Milliarden Supply und jede Sekunde werden ja XRP verbrannt. Denn immer wieder, wenn eine Transaktion passiert, werden XRP quasi aus dem Verkehr genommen. In dem Fall in Summe jetzt schon 12,61 Millionen. Und das sind ja nur die XRP, die jetzt wirklich für immer verbannt sind. Es gibt natürlich mit Sicherheit auch Leute, die zum Beispiel den Zugang zu ihrer Wallet verloren haben. Da liegen wahrscheinlich auch noch Millionen XRP irgendwo rum, wo Leute damals günstig gekauft haben und dann irgendwie das Ganze vergessen haben. Genau wie bei Bitcoin. Wie viele Leute gibt es, die damals wahrscheinlich sich 100 Bitcoin gekauft haben und dann vergessen haben und jetzt keinen Zugang mehr haben und die einfach irgendwie weg sind. Also das gibt es auf jeden Fall alles. Gar keine Frage. Und man darf auch nicht vergessen, dass es zum Beispiel noch XRP gibt, die im Automated Market Maker gelockt sind und und und. Also da kommen noch so viele verschiedene Aspekte dazu, warum noch weniger XRP eigentlich in Umlauf sind, als technisch gesehen jetzt wirklich da sind. Von daher denke ich einfach mal, sieht das Ganze sehr, sehr positiv aus. Wer noch mal tiefere Recherchen hier haben möchte, HashHub Research hat das Ganze natürlich veröffentlicht. In dem Fall hier beispielsweise der Marktpreis mit Volatilität und Medianwert und und und. Also auf jeden Fall crazy, wie tief sie hier reingegangen sind. Aber finde ich auf jeden Fall cool. Und wie gesagt, für die Leute, die da mal Interesse haben, die können sich das noch mal genauer hier alles reinziehen. Kurz zwischendurch aktuell läuft eine Partnerschaft mit Margex. Dort kann man ganz einfach Kryptowährungen traden, sowohl ganz normales Krypto-Trading als auch Forex-Trading. Ist natürlich alles in der Beschreibung nochmal verlinkt. Und das Ganze ist eine große Börse, auf der bereits viele Nutzer registriert sind und auf denen man sehr viele verschiedene Kryptowährungen handeln kann. Sowohl die normalen Standard-Coins wie Bitcoin, Ethereum und natürlich auch unser geliebtes XRP als auch andere exotischere Alt-Coins. Genauso wie zum Beispiel Copy-Trading ebenfalls mit dabei ist. Ich bin hier mal auf der offiziellen Seite Margex.com und dort habe ich auch ein bisschen Geld eingezahlt. Und entsprechend kann man da ganz normal hier auch handeln, wie zum Beispiel Bitcoin. Da kann man dann beispielsweise über den Markt ganz normal kaufen oder natürlich auch Copy-Trading betreiben. Da kann man dann eine Strategie kopieren und somit auch partizipieren. Einfach mal ein kleines Beispiel. Wir haben hier die Möglichkeit, einen Bitcoin-Trade zu starten. In dem Fall machen wir mal einen kleineren Hebel, so einen 5er, 6er Hebel beispielsweise. Und haben dann die Möglichkeit, hier mit gewissen Positionen rumzuspielen, wie zum Beispiel mal mit 40%. Da kann man hier einfach über den Markt entsprechend kaufen und dann hier mit dabei sein. Das Ganze ist, wie gesagt, nochmal unten in der Beschreibung verlinkt. Schaut da gerne rein und nutzt gerne meinen Link in der Beschreibung. Dann geht es weiter und zwar von CryptoEri, denn sie schreibt hier, dass die Shinonome Shinkin Bank jetzt auch XRP verwenden wird, beziehungsweise mit Ripple zusammenarbeitet. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Haben sie hier nochmal öffentlich geschrieben. Sie nutzen Ripples Distributed Ledger Technology, also den XRP Ledger in dem Fall, für schnelle interne Transaktionen. Das sehen wir dann hier einmal. Deren schönes Office, das Büro. Ist auf jeden Fall ganz cool gemacht. Klar, ist jetzt keine Weltbank oder sowas, aber trotzdem eine weitere Bank, die da eben Potenzial sieht bei Ripple und entsprechend hier mit dabei ist. Dann geht es weiter und zwar vom Crypto Bilbu und hier haben wir einmal den aktuellen XRP Chart, den XRP US Dollar Chart und in dem Fall hat er hier die einzelnen Fibonacci Levels quasi eingezeichnet. Wir sehen hier die Spitze, damals in 2018, ab da hat er quasi runtergezeichnet, dieses fallende Dreieck quasi und dann unten von 2020, was der tiefste Punkt. Ever quasi die letzten 5, 6 Jahre war, haben wir entsprechend den Punkt nach oben gezeichnet und ja, die Spitze trifft sich sehr, sehr bald hier und zwar Mitte, Ende 2024. Wir sind ja jetzt schon ungefähr Mitte, Ende 2024, also auf jeden Fall noch vor 2025 sollte es hier seiner Meinung nach zum Ausbruch kommen. Mit Ausbruch meint er dann hier über 1, 2 Dollar hinweg, vielleicht sogar in Richtung 3, 4 Dollar. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend und natürlich dieses Jahr das Ganze noch zu sehen, würde ich auch sehr fühlen, also fände ich sehr schön, warum nicht? Trotzdem könnt ihr mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, ob ihr das Ganze hier als realistisch erachtet auf diesen verschiedenen Fibonacci Levels, aber wenn man diesem Chart Glauben schenken kann, dann könnten wir tatsächlich bis 2026, 2027 in diesen Bereichen zwischen 10 und 30 Dollar irgendwo landen und das wäre auf jeden Fall schon mal ein ordentlicher Anstieg von hier aus. Eine weitere Strategie, die ich einfach mal kurz so mit erwähnen wollte, ist nämlich das Thema Overboard bzw. Overselled Area. Also zu Deutsch würde man das Ganze übersetzen mit der überkauften oder überverkauften Area, also Area ist ein Bereich quasi, und zwar in dem Fall jetzt hier auf dem 4-Stunden-Chart. Was man dabei macht ist, man schaut sich an, welche Coins extrem viel gekauft oder extrem viel verkauft wurden und kann anhand dessen natürlich nochmal schauen, wo noch ein bisschen Potenzial sitzt. Also in den meisten Fällen ist es so, und ich glaube, das habt ihr auch schon zu Genüge sowohl bei XRP als auch bei anderen Coins beobachten können, dass wenn Kryptowährungen an einem Tag beispielsweise 20% steigen, dann ist das meistens nicht sehr nachhaltig. Natürlich gibt es auch mal Anstiege, die dann quasi permanent sind und permanent den Preis, den Durchschnittspreis verschieben von der Kryptowährung, aber gerade diese Anstiege, die manchmal keinen wirklichen Grund haben, basieren manchmal einfach auf kurzzeitigem Hype. Und in der Form kann man dann ziemlich gut meistens schauen, wo eben extrem viel oder verhältnismäßig viel gekauft wurde oder eben verkauft wurde und entsprechend dann diesen anderen Weg einschlagen. Also stellt euch mal vor, man sieht eine Kryptowährung, die auch vielleicht gut etabliert ist, wie zum Beispiel AVAX oder sowas, und AVAX macht heute an einem Tag 30%. Dann ist das natürlich super für die AVAX-Halter, aber wenn ihr jetzt gerade keine AVAX-Halter seid, könnt ihr natürlich schauen, ob man dann da nicht entsprechend einen smarten Short setzt, also eine Short-Position eingeht und eben mit dem Retracement, also quasi mit dem Rückgang des Kurses, dann wieder ein bisschen Geld verdient. In dem Fall, wie gesagt, bei AVAX. Das war jetzt einfach ein Beispiel, was ich letztens so gesehen habe, geht aber natürlich sowohl mit XRP als auch mit jeder anderen Kryptowährung. Also immer, wenn ihr der Meinung seid, dass ein Anstieg nicht nachhaltig ist, dann kann man entsprechend ja den anderen Weg wählen quasi, entweder Short oder Long gehen und damit ein bisschen Geld machen. Das so als meinen Tipp oder meine Erfahrung. Und natürlich muss man sich ein bisschen einlesen, muss man sich ein bisschen auskennen, aber ich glaube, da liegt teilweise schon sehr viel Geld. Dann geht es noch weiter und zwar von XRP Ledger Cummins, denn es wird hier im sogenannten Town Hall Meeting, also in der Stadthalle im Endeffekt, ein schönes neues Meeting geben, natürlich online in dem Fall und zwar am 16. September um 5 Uhr in der Central European Time. Das Ganze ist ein Update Call für alle XRP Ledger Cummins Follower quasi, also kann man sich natürlich kostenlos registrieren und in dem Fall einfach mal mit dabei sein. Finde ich auf jeden Fall cool. Die ganzen XRP Member, die ganze Community organisiert sich da auf jeden Fall sehr, sehr stark meiner Meinung nach. Und in dem Fall natürlich hier nochmal ein Online Call, um verschiedene Fragen dazu zu beantworten, um einfach ein paar Insights zu bekommen und auch up to date zu bleiben. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Sobald da irgendwas Interessantes für uns Relevantes angekündigt wird, werde ich das natürlich auch in den Videos hier am nächsten Tag verarbeiten. Und ja, dann werden wir einfach mal sehen, wo uns das Ganze quasi hinführt. Dann, ganz interessant, habe ich hier noch von Vivec einmal eine ziemlich schöne Grafik gefunden und zwar mit der Node-Verteilung rund um den ganzen Planeten, also wo welche Nodes überhaupt überall stehen. Natürlich kann man hier an diesen leuchtenden Punkten erkennen, dass da verhältnismäßig viele Nodes quasi stehen. In dem Fall sind das natürlich Bitcoin-Nodes, wie hier oben auch erwähnt ist. Und ja, man hat einfach eine ziemlich schöne Distribution, kann aber auch ziemlich genau sehen, wo aktuell noch ein wenig Nodes fehlen. Wenn jetzt hier irgendwo kein Punkt ist, heißt das logischerweise nicht, dass da keine einzige Node der Welt steht, das natürlich nicht. Aber man muss schon sagen, in vielen Ballungszentren, wie zum Beispiel hier in Europa, ich glaube auch in Deutschland beispielsweise, gibt es da mit Sicherheit vermehrt Nodes und an manchen Stellen halt eben weniger. Man kann aber schon ziemlich stark erkennen, dass auf jeden Fall hier in Europa und natürlich auch in den USA hier schon so die Ballungszentren quasi für die Node sind. Und das finde ich auch schon ein bisschen bemerkenswert definitiv, dass man das hier mal so auf der Karte repräsentiert bekommt. Und dann haben wir noch von Bitrue einmal eine neue Frage in die Runde. Und zwar, wer ist bereit für XRP, beziehungsweise wer ist dafür bereit, dass XRP seine Time to Shine bekommt? Und ja, ich bin auf jeden Fall bereit. Ich finde es wieder einfach nur lustig, dass Bitrue wieder anfängt von XRP eben zu philosophieren, dass sie eben wieder darüber sprechen wollen. Und ich finde einfach, man merkt, dass sie da auf jeden Fall ausgesprochene Fans von sind von XRP und das finde ich natürlich sehr, sehr gut. Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch einen Fun-Tweet und zwar hier von TalkTimes und zwar Altcoin Investing. Also wenn man in irgendwelche Altcoins investiert quasi außerhalb von Bitcoin, dann schaut man einfach nicht drauf auf die Scheibe und sagt einfach, oh ja, ich glaube, die Kryptowährung, die gefällt mir. Da habe ich gerade das Gefühl, dass ich damit Glück habe, so in der Richtung und dann quasi wirft man einfach einen Pfeil und irgendwo wird schon rauskommen und dann nimmt man einfach irgendeine Kryptowährung. Also ich hoffe natürlich, dass das bei euch ein bisschen anders läuft, ein bisschen professioneller, aber falls ihr das so macht, verurteile ich euch dafür natürlich auch nicht. Und ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein und bis dahin schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin Leute, ciao. Ciao.